Da ja die nur aus dieser Richtung kamen, also müssen wir hier lang. Schön, dass immer Gegner kommen. Die sorgen uns immer, wo wir mal lang müssen. Tja, so ist das mit den Gegnern. So, guck, guck. Äh. Erstmal sehen wir die Haufen immer gleich aus, komischerweise, ja. Und das ist ein riesen Ding, scheint es zu sein. Und ich denke mal, gleich kommen die nächsten. Gegner, hier. Waaah. Achter, oh. Da haben die sich versteckt. Affenkraue, ne? Achso, ne. Oh, doch, da. Äh. Naja. So. Hast du deine Waffe mit runtergebracht? Nö, natürlich nicht. Ach. Du sehr, hättest du mitbringen können. Aber ich denke mal, wer kriegt hier noch sowieso noch ein paar Gegner. Die finde ich auch nicht so eine super Waffe hier eigentlich. Die habe ich ja die ganze, ganze Spiel schon noch. Ja, das weiß ich nicht. So, Muni, 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 Muni. Muni, Muni, Muni. Und wenn ja Muni liegt, heißt das auch, dass ja gleich Gegner kommen. Okay. So. Wie schwarb. Übles. Ein Trackpunkt erreicht. Okay. bist du blöder so, aber das war nicht nur die Träger gewesen okay so Das könnte nicht nur die drei gewesen sein. Die haben sich bestimmt hier noch versteckt irgendwo. Nö, hier ist doch keiner. Da sind sie! Huch! Gehen wir mal wieder runter. Ach nee, ich muss... Ah! Gut, ich hab überall geredet, ich muss hier hoch. Ah, komm. Angriff! Wupp! Uff! Ich meine, ich hab ihn getroffen oder nicht? Töte sie ihn! Häh! 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 Woher ist? Wo kommt die denn? Häh! Wow! Oh! Oh ne, mach doch nicht mehr. Schordi! Äh, einfach mal jetzt Munition, kannst du mehr geben. So. Woher kommen die denn her jetzt auf einmal? Die hab ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, das ist glaube ich so schön. Gut! Die drei Häufchen alleine! Da-da-da-da-da! Ach so, da hinten! Wollte gerade sagen, was soll ich denn eigentlich hier? Geht's doch gar nicht weiter! Ah, hier hinten geht's weiter! Jo, 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 jo! Äh, ja, da hinten kommt der! Okay! Tapptapptapptapptada! Ja! Ja, ja, ja! Hä, das war's war's! Aber ja, du darfst das nicht gut an, das ist ja noch eigentlich gekommen. Aber wenn ich mich gerade frage, wie lang ist denn dieses Ding noch? Vorhin siehst du ja nichts anderes! Doch! Ist was anderes! Sonst waren es immer Kräne oder sonst was, äh, äh, Container. Jetzt sind's paar Ohren. Die Mieren greifen. Ne, doch nicht! Okay! Die Klabe so langs... Ich muss die Informationen von den Helgas sofort bearbeiten. Ich brauche Zugang zum Hauptrecht. Dafür habt ihr keine Zeit. Sie müssen an Bord eines dieser Shuttles. Ich muss jetzt die Daten bearbeiten. Hier. Hey! Haben Sie den Käpt'n nichts gehört? Wir liefern das Paket ab! Und das Paket sind Sie! Was müssen Sie tun, Hacker? Was?! Sie wollen doch nicht etwa diesen Mutantenfreak an den Hauptrechner lassen! Woher wissen wir, dass er kein Doppelagent ist, hä? Wer sagt uns, dass er nicht auf der anderen Seite steht? Und wie viele von der anderen Seite habe ich Ihrer Meinung nach in der letzten Stunde erledigt? Ha, ihr Bastarde, schert euch doch einen Dreck um eure Leute! Versuch's doch! Abschaum! Komm her! Hau! Ab! Schlampe! Wenn Sie schießen, dann sind Sie tot! Das reicht! Genug! Es ist ein weiter Weg zur Festung! Und unsere Chancen, selbst wenn wir zusammenarbeiten, liegen irgendwo zwischen gering und null! Also zum letzten Mal! Reist euch endlich zusammen! Und verhaltet euch verdammt nochmal wie Soldaten! Hacker! Was ist es, was nicht warten kann? Ich habe herausgefunden, dass ein Computer auf den SD-Plattformen von den Hellgas kontrolliert wird! Es ist der, den Sie verwendet haben, um das Verteidigungssystem auszuschalten! Ich muss ihn identifizieren und General Adams informieren! Aber dafür muss ich mich in den Hauptrechner einklinken! Okay! Sie haben drei Minuten! General Adams ist bereit und wartet auf Sie, Sir! Hacker! Hacker! Gleich geschafft! Hacker! Die Zeit ist um! Ich hab's! Das kann nicht sein! Was? Was ist denn? Es kann nicht sein! General! General! Ich schlage vor, wir beeilen uns! Wie Sie wünschen! Der Computer unter Kontrolle der Helllast! Es ist General Adams persönlicher Computer! Sehr gut! Wie ich sehe, haben Sie alles für die Umprogrammierung der Verteidigungssysteme vorbereitet! Ja! Das ist absolut! Hundertprozentig richtig! General! Was soll das heißen? Was das heißt? Das soll heißen? Sie verlieren! Verräter! Ja, was auch immer! Tötet ihn! Gut gemacht, General! Ich werde dafür sorgen, dass Meister Visari von Ihren Anstrengungen erfährt! Ich werd's ihm selbst sagen, General Lenter! Aber zuerst drehe ich mit dieser kleinen Schönheit eine Runde um den Block! Scheiße! General Watney ist da oben in großer Gefahr! Und wenn Adams ein Verräter ist, dann hat er bald Kontrolle über die SD-Plattform-Waffen! Und er kann sich ausrichten! Oh mein Gott! Da! Oh mein Gott! Nova! Eval! 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 sein. Junge, Junge, Junge. Aber da kommt ja schon einfach ein bisschen komisch vor. Und dann wissen wir auch, warum er sich so merkwürdig verhalten hat. Er hat selbst die hier Plattform lahmgelegt, der generell von der Plattform. Okay. Ja, damit haben wir jetzt glücklicherweise abgeschlossen. 22 Minuten haben wir für den ganzen Offen gebraucht. Es ist ein Wahnsinn, wie riesig das Gelände war. Obwohl wir eigentlich nur außen rumgelaufen sind. Ja, man weiß. Also gut, Spieler war Hacker, wie gesagt. Zeit war 22 über 22 Minuten. Abgefeuerte Schüsse waren 416, gedötet 26, Kopfschüsse 8. Gut, aber ein bisschen weniger. Aber Treffereffektivität immerhin noch 27 Prozent. Ja, und wie es so weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Oh ja, Natrat. Und ich auch wohl euch hat's gefallen. Tschüss.